Der Sommer ist da, die Reisezeit ist da und wir stehen vor den großen Sommerferien. Viele denken jetzt ans Verreisen, viele planen wieder zu verreisen, sei es im Inland, aber es geht auch ins Ausland. Viele sind sich unsicher, wie sie sich verhalten müssen, besonders wenn sie auch wieder zurückkehren. Wie ist da die Lage? Ja, wir nehmen zunehmend wahr, dass es einzelne Reiserückkehrer gibt, aus welchen Gründen und wo immer auch sie hin verreist sind, die dann bei der Rückkehr sich infiziert haben, zum Teil auch ohne es zu merken und dann eben über ihre Familie dieses Virus dann auch in Schulen, Kindertagesstätten möglicherweise eintragen können. Und deswegen ist mir ganz, ganz wichtig, nochmal an alle zu appellieren, sich schon bei der Wahl des Reiseziels, bei der Art zu reisen, aber dann auch für den Zeitpunkt der Rückkehr genau zu überlegen, auf was man sich da einlässt. Es ist ja mittlerweile möglich, mit einem deutschen Reisepass wieder fast überall hinzureisen. Wenn das aber schon Risikogebiete sind und man kehrt zurück, muss man sich beim Ordnungsamt melden. Man wird dann in eine zweiwöchige Quarantäne geschickt. Davon mussten in den letzten Wochen schon fast 700 Bürgerinnen und Bürger Gebrauch machen. Es kann auch passieren, dass es zum Risikogebiet wird, während man dort in Urlaub ist. Auch das sollte man sich genau überlegen. Die Risikogebiete kann man sich immer über die Homepage des Sozialministeriums Baden-Württemberg abrufen. Und wenn man in ein Risikogebiet reist, das schon Risikogebiet ist, dann kann man, wenn man anschließend in die Quarantäne muss, nicht davon ausgehen, dass der Arbeitgeber das einfach so hinnimmt, sondern man muss auch mit unbezahltem Urlaub oder auch einer gewissen Verstimmung rechnen. Insofern, wenn es denn dann wirklich nicht zu vermeiden ist, bitte dann vorher mit dem Arbeitgeber, der Arbeitgeberin zumindest ein Gespräch darüber führen. Vielen Dank und so hoffen wir, dass alle gesund durch den Sommer kommen und gesund hier in Karlsruhe den Sommer genießen können. Das wird uns auch sehr freuen, vor allem, dass Sie alle gesund und munter wiederkommen.